Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Puddle. Wir machen in der Gießerei weiter mit der Thermoformung. In der Gießerei natürlich, ja, hat er schon gesagt, aber egal. Alles ist erlaubt, um ein Level zu beenden. Wird geladen, wird geladen. Die Gießerei ist das Gegenteil des Labors, der Gegner wird die Kälte sein. Ja, das haben wir im letzten Part schon gut erfahren. Wer es nicht gesehen hat, kann sich das gerne nochmal im Nachhinein reinziehen. Und ja. Oh, oh, oh. Mein Gegner ist die Kälte, okay. Gut zu wissen, gut zu wissen. Achso, mal schnell hoch. Da haben wir uns wieder aufgewärmt, da drüben. Und ja, Schalter runter, ne. Bam, 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 so. Da muss man immer hin und her machen. Und ja, ich glaube, ich habe gehört, kackst, ja. Ganz genau. Mein Gegner wird die Kälte sein, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Bam, bam, bam. Hin und her. Hin und her. So, hier mal langsamer, junger Mann. Mach da mal langsamer. Ja, da machen wir ein bisschen langsamer. Und hier ganz leicht hoch. Beziehungsweise etwas stärker würde auch gehen. Aber an und ja, ist egal. Ich habe mir das Minimum erreicht. Und es reicht, ja. Bäm. Bäm. So. Abbremsen. 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 Was müssen wir da machen, Alter? Drauf, rauf, 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 rauf. Und drauf, 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 drauf. Jep. Aber was muss man da machen, bitte ruhig? Und das würde ich mich erst noch mal fragen. Bäm. Okay. Stark abbremsen, ne. Und jetzt rüber. Rüber, 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 rüber. So. So, alles mögliche mitnehmen. Und hin. Und her. Und hin. Und her. Da kommt noch ein Tropfen. Gute Sache. Bremsen, 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 bremsen. Na also. Endlich. Geht doch. Warum nicht gleich so? Okay. Bleiben wir mal in der heißen Ecke hier. Oh. Ab durch, ab durch, ab durch. Okay. Durch, 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 durch. Ne. Da muss man vorher so hin und her machen, ja. Ganz genau. Da muss man vorher hin und her machen, um den Schalter zu aktivieren, um da durchzukommen. Aber das haben wir leider nicht getan. Leider. Jetzt wissen wir mehr und jetzt können wir es auch so schaffen. Hin, her, bam. Runter. Abbremsen. Brems ab, brems ab, brems ab. Und möglichst viel mitnehmen, ne. Ja, da bei dem Presseteil einfach durch, wenn es nach unten geht, ne. Dann kann man da eigentlich wenig verlieren. Jep. Genau so. Und da auch. Da sollte man aber bremsen. Deswegen sollte man zwischen den beiden Teilchen da anhalten. Das wissen wir jetzt auch. Gut. Je mehr man weiß, desto mehr weiß man, ja. Dann kann man die Level halt besser bewältigen. Immer gut. Her, bam. Brems ab, brems ab, brems ab, brems ab. Gut. Aufwärmen. Aufwärmen, aufwärmen, aufwärmen. Und rüber. Hier nochmal kurz aufwärmen. Und hier warten wir nochmal, ich gehe das Risiko da nicht ein. So. Anhalten. Anhalten. Okay. Boah, das kühlt ab. Oh, scheiße. Das kühlt aus. Shit. Jep, ich hab's gewusst. Also nicht allzu lang verweilen. Ja, sonst wäre es doch irgendwie zu einfach, gell. Ja, haben wir es schon gut geregelt, aber... ...schon ein bisschen fies gemacht. Aber egal, komm. Lassen wir das. Das schafft man auch so. Brems ab, brems ab. Und da runter. Aufwärmen, 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 aufwärmen. Und runter. Komm, nochmal ein Feuerstrahl da ja. Ne, gute Sache. Und durch. Rüber, 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 rüber. Brems ab. Was soll man bei dem Teil da machen? Mann. Was soll man da machen? Ich kapier's nicht. Egal. Irgendwas muss man da mit Sicherheit machen. Mit Sicherheit. Ne? Jetzt sind wir aber wirklich zu absolutem Minimum. Aber egal. Bäh. Brems ab. Oh, ne, das war's nicht. Da hab ich vergessen, abzubremsen. Rüber, 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 rüber. Rüber, 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 rüber. Hoch, 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 hoch. Und runter. Hm. Pem, her. Pem, pem, bäm. Abbremsen. Abbremsen. Runter. Aufwärmen. Rüber. Okay. Und rüber. Bam. Rüber. Und zurück. machen suchen was so kom 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 nein ich weiß dass man es machen ein bisschen härter werden lassen muss um den entscheider aktivieren zu können jetzt so muss es sein das muss es sein und von mir ist man so ne ja da kommt noch ein tropfen mal gut abbremsen brems die pulle zum glück hat man ja auch so ein geringes minimum ja es hilft einem auch enorm kommen aufwärmen ja schön heißen durch waffen und rüber bern runter 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 nein aber so muss man es machen genau so gibt dann habe ich auch verstanden so machen wir es jetzt auch so abbremsen 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 und aufwärmen weiter runter und aufwärmen kommen flamme 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 ja und durch und weiter und weiter da hat mir zu wenig ne ja das war's nicht noch mal rüber 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 r Hier aufmachen. Oh ne, das hat nicht ganz gereicht, leider. Schade. Muss man an einer ganz schnell zurück zu dem Teil und sich aufstocken? Ne? Ja, genau so. Ich hab's schon im Kopf. Jetzt werde ich's umsetzen. Sofern es möglich ist. Ja, aber das dürfte möglich sein. Ist ja nicht allzu schwer, ne? Wenn man's einmal begriffen hat, hier geht's eigentlich nur um die Logik, dass man weiß, was man tut, ne? Wenn man's weiß, ist es eigentlich gar nicht mehr allzu schwer. Deswegen hoffe ich auch, dass ich euch ein bisschen hilfreich werden werde. Ne? Beziehungsweise hilfreich bin. Nicht nur werde. Ja, aufwärmen. Und dann ganz schnell durch. Hier voranhalten. Beziehungsweise halt warten und sammeln. Und dann darüber. Hier nochmal aufstocken. Und dann hier aufmachen. Und runter. So. Runter. Und komm her, du Teiche. Rüber. Und rüber. Exit. So. Ja, war eigentlich ziemlich einfach, der Level hier. Wenn man den einmal begriffen hat, geht es. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten. Der Part ist noch jung, da geht noch viel rein. Also ich steuere jetzt wieder nicht. Es ist alles automatisch. Mal schauen, was jetzt kommt. Wir sind auf einer Art, ähm, Wiege. Und es schließt sich was. Ja. Och ne. Wir sind im Dunkeln. Nee, ich mag es nicht so. Hätte ruhig ein bisschen mehr Licht anlassen können, aber egal. Gießerei. Infrarot. Ja, so funktioniert es auch bei der Wii, ne. Dann hier so, bäh. Dann fummelt man dann mit der Wii-Fermdienung vor der Empfangsender da so rum, ne. Ja, da runter. Und dann. Oh, das war schlecht. Das war schlecht, ne. Ja, aufwärmen. Aufwärmen. Und da rüber. Darüber. Nee, das waren zu wenig, ne. Hier runter. Da runter. Aufwärmen. Ja, gut so. Jetzt schnell da rüber. Ja. Ja, ja, ja. Ist jetzt alles in Ordnung? Darüber. So. Hier wieder hin. Dann. Ja, bis jetzt eigentlich noch recht einfach. Gut so. Kommt her, meine Kleinen. Kommt her. Kommt her. Kommt du auch noch? Ja. Na, also. Ging noch. Und da rüber. Nee, das war zu, das war zu schnell. Dort muss man also noch warten. Okay. Einverstanden. Ich habe es begriffen. Komm, schmeiß den Ofen an. Schmeiß den Ofen an. Ofen anschmeißen. Ja, genau so. Durch, 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 durch. Ja, unten durch. Durch, durch. Hier hinten. Hinten. Och, nee. Komm schon. Schmeiß den Ofen an. Sag mal, schmeiß den Ofen an. Was ist denn los? Was war da los? Warum ist er nicht angegangen? Egal. Einfach nochmal machen und hoffen, dass jetzt wieder alles gut funktioniert, ne? Ja, da oben ist ein bisschen was schenken geblieben. Aber egal. Kommt zurück. Ofen. Und durch. So, da hinten. Denken, denken. Achso, man braucht genug Flüssigkeit, damit sie aufgehen. Aber alle rüber, alle rüber, alle rüber. Aufhören. Und jetzt langsam davor. Langsam. Dass es langsam runtergeht, ne? So. Ja. Mach du mal hin, ne? Du. Ne? Ja. So, würde ich dann sagen, schnell da durch. Ne? Und da drunter. Und einfach mal runter. Schade. Wenn es so einfach gewesen wäre, wäre es aber schon ein bisschen easy. Ah, da muss man hier noch eine kleine Schwierigkeit einbauen, ne? Verständlich. So. Hier warten. So. Wenn das Teil dann so halb weg ist, genau so. Dann rüber gehen. Damit man dann möglichst viel hat. Damit man dann möglichst viel hat und dann alles mit ihm kann. Ne? Ja. Genau so. Dann hat man hier, braucht man viel Wärme, damit es aufgeht. Dann da hinten warten bei dem Teil. Alles herholen. Was geht natürlich, damit es aufwärmend wird. Und nicht verschwindet. Ne? Komm her. Komm her. Die Teile da sind auch viel wert. Ja. Aber das eine könnte, glaube ich, nicht mehr retten. Deswegen gebe ich es mal auf. Hier runter. Hier runter. Ne? Bremsen, bremsen, bremsen. Bremsen, bremsen, bremsen. Und go. Rüber jumpen zu dem anderen Teil. Mit Vollgas. Geht ruhig. Und jump. Darüber, ne? Hier hin. Andere Seite. Andere Seite, andere Seite. Andere Seite. Andere Seite, andere Seite, andere Seite. Ja, ja, ja. Komm Flamme, Flamme, komm Flamme. Komm Flamme. Ja. Und Ende, ne? Ende Gelände. Dann will ich sagen, das war ein guter Part. Wir haben zwei Level beendet. Und mit Kupfer schließe ich den Part dann ab. See you, Leute. Schalt wieder ein. Und see you, Leute. Euer Feuerstein.